Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und der Gewinnerziehung von unserem letzten Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es dreimal den Regenbogen-Modebegleiter winziger Regenbogenfestiger und dreimal das winzige kosmische Regenbogenschwein. Und ich möchte die Teilnehmer auch nicht weiter auf die Folter spannen, ich denke wir starten einfach mal mit der Gewinnerziehung. Und dazu nehme ich einfach den YouTube-Random-Comment-Picker, die Video-URL eintragen, Duplikate raus, auch Antworten nehmen, Regenbogen-Neverwinter musste eingetragen werden und wer gewonnen hat, fliegt aus der Liste. Wie viel sind es? Wie viel haben teilgenommen? 29. Und davon sechs Gewinner ist eine ziemlich gute Quote. Wir gucken einfach mal. Das wird jetzt spannend. Ich wünsche euch schon mal viel Glück. Es geht los. Gewonnen hat 84 Tada, einen winzigen Regenbogenfestiger. Bleibt noch dran, am Ende kommt noch was ihr tun müsst, um euren Gewinn auch zu erhalten. Suchen wir den nächsten. Meisterqualle hat ein winziges kosmisches Regenbogenschwein gewonnen. Viel Spaß damit. Der nächste. Ralf von Dijk, dem egal ist ob Tiger oder Schweinchen, hat einen winzigen Regenbogenfestiger gewonnen. Glückwunsch. Kaminfeuer902 hat ein winziges kosmisches Regenbogenschwein gewonnen. Glückwunsch. Der nächste. Benjamin Mandlik hat einen winzigen Regenbogenfestiger gewonnen. Und Trommelwirbel. Heidi Peters hat das winzige kosmische Regenbogenschwein gewonnen. Das waren sie auch schon. Sechs Gewinner. Es geht dann irgendwie doch verdammt fix mit so einer Gewinnerauslosung. Ihr sechs müsst jetzt nochmal unter diesem Video den Kommentar Regenbogen Neverwinter abgeben und nochmal eure Ingame E-Mail Adresse alles hinter dem Ad-Zeichen. Und wenn ihr mir das einfach machen wollt, könnt ihr mir auch Ingame einfach eine E-Mail schreiben. Snorks at Snorks Unterstrich. Und ich antworte darauf. Und ihr kriegt den Gewinncode für euren Regenbogen Modebegleiter. Den müsst ihr denn auf der ARC Website unter Code Redemption eingeben. Details findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, müsste euer Playstation Account mit dem ARC Account verknüpft werden. Damit habe ich aber nichts zu tun. Das ist Sache von ARC. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Modebegleitern. Eine farbenfrohe Regenbogenzeit wünsche ich euch bis dennne. Tschüss!